Moin, hier ist das Pier 19. Wir sind hier am Strand der Ancora Marina. Wir machen natürlich mit bei der Challenge Anbahnen für Helden und wir sind nominiert worden vom Fitnessloft. Wir sind natürlich dabei und wenn ich rauskomme, dann werde ich auch noch sagen, wen wir als nächstes nominieren. Und die Spende machen wir auf an den Kindergarten in Merkendorf. Denen lassen wir auch noch was Schönes zukommen. Auf geht's! Auf geht's! So, und wir nominieren, einfach kurz, wir nominieren Auto aus Hagen, wir nominieren Botox mit den Jungs von Overboot und wir nominieren Taxi Wojtek. Viel Spaß dabei!